Ja, hallo! Schön, dass du bei den Lernstext reinschaust. Heute geht es um die ZP10 2023. Ich möchte dir allgemeine Infos geben, schon mal ein paar Vorbereitungstipps. Wir legen los. Viel Spaß! Du schreibst dieses Jahr die ZP10 und du weißt nicht, was dich erwartet. Kein Problem. Alle Infos kommen auf lernstext.net und auf meinem YouTube-Kanal. Es gibt Videos zu Deutsch, Englisch und Mathe. Also ein Abo dalassen und deinen Freunden erzählen. Deutsch findet dieses Jahr am 4. Mai statt, Englisch am 9. Mai, Mathe am 11. Mai. Die Prüfungen machen 50% deiner Endnote aus. Die Dauer ist zwischen 90 und 170 Minuten. Die Notenbekanntgabe ist dann am 26. Mai und dann entscheidet sich, ob du deinen Abschluss hast und welchen Abschluss du hast oder ob du vielleicht in eine Nachprüfung gehen musst. Hier noch ein paar häufig gestellte Fragen zu ZP10. Es gibt einen Nachteilsausgleich bei LRS. Den müssen deine Eltern bei der Schule beantragen. Wenn du krank wirst, brauchst du einen Attest und kannst nachschreiben. In anderen Härtefällen darfst du auch nachschreiben. Bei Dyskalkulie gibt es keinen Nachteilsausgleich. Bei der ZP10 geht es nicht um reines Faktenwissen. Du sollst zeigen, dass du dein Wissen anwenden kannst. Das Land NRW macht Vorgaben, was du besonders gut können musst. Das erkläre ich dir in meinen Videos und bei lernstext.net in meinen Artikeln. Die Lernsnicks gibt es schon seit 2016. Ich habe zigtausend Schülerinnen und Schülern geholfen bei der ZP10 und auch bei anderen Prüfungen mit Informationen, Tipps und auch Motivationshilfen. Ich weiß, die Situation ist neu für dich und du wirst nervös sein. Ganz bestimmt. Ich kenne das und ich werde dir helfen. Versprochen. Zum Schluss habe ich schon drei Lerntipps für dich zur Vorbereitung auf die ZP10. Arbeite immer im Unterricht mit. Damit machst du es dir super einfach. Fange am besten heute mit dem Lernen an und mache regelmäßig ein bisschen. Dafür gibt es Prüfungstrainer, die würde ich dir empfehlen. Vielleicht benutzt deine Schule ohnehin schon einen, dann kannst du den einfach nehmen. Den Artikel zum Nachlesen verlinke ich in der Beschreibung. Und jetzt viel Erfolg bei der Vorbereitung. Und jetzt viel Erfolg bei der Vorbereitung.